Herzlich Willkommen bei PADOUTS! Wir spielen wieder Elliot Quest, Part Nummer 14. Wir sind in einem Wassertempel und ich bin Niko. Ich bin Anja. Und wir haben in der letzten Folge, ja hier rechts sind wir da lang gegangen und haben... Oh, was macht das? Kann ich das gegen ihn hauen? Guck mal. Oh, evil. Und haben noch mehr Manga-Leiste bekommen. Da ist eine Münze, ich heb die gefälligst auf. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Du bist schuld, nicht ich, war ich zu schlecht. Wieso, du hast doch kein Herz verloren, was willst du denn? Doch, doch, ich habe ein Herz verloren, aber ich habe es wieder bekommen. Ja, siehst du, also... Okay, das habe ich mir anders vorgestellt, aber... Oh! Ich habe mir das hier alles auch anders vorgestellt. Mir wurde mehr versprochen. Ich habe gesagt, geht in den Tempel, ist das lustig? Hm. Ah! Oh! Oh, diese Arsgeier! Ja, zum Glück war da jetzt wieder Health. Ja, es sind ganz schön viele Herzen diesmal dabei. Ja. Oi! Oh, du... Mein Gott, wüsste! Diese Bohnen. Die sind wie diese Gummi-Drops-Bohnen aus. Jelly Beans? Ja, genau die. Kommst du eigentlich darauf, dass es ein Wassertempel ist? Na, das ist blau. Oh, versteckte Truhe. Geht es hier weiter? Nein. Ja, man hat oben an den Steinen so das Moos gesehen, das hat mich darauf gebracht. Verrückt. Boah, Timing. Jetzt aber. Genau das, was du nicht schaffst. Und Puff! Bei dem bringt der Critical Heap aber nicht so viel. Puff! Aufgemacht! Puff! Oh, Speichern! Geld, Geld, Geld! Noch mehr Geld? Ne, also... Speichern! Speichern! Abgespeichern! Guck mal da runter? Ne. Irgendwie nicht. Da kannst du nachher hochbomben. Wahrscheinlich, ja. Und runter! Ja. Knapp! Ja, schon ausgeholt. Woah! Das hättest du kommen sehen können. Ja, hätte ich. Hätte, hätte Fahrradkette. Doppelherz! Doppelherz! Wo? So. Hab dich. Hab dich. Hab dich. Ei, ei, ei. Was denn los? Äh, nee, 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 warte. So. Da sollte ich nämlich erstmal hochgehen, denn da ist eine Truhe und ganz viel Geld. Und eine Vier. Ach, wenn wir hier rauskommen, dann kann ich mir bestimmt was cooles kaufen. Und Level Up! Level Up! So. Was machen wir jetzt? Äh. Arrows not affected by gravity. Magic Orbs me give Doppel MP. Speils to more damage. Speils cost half MP. Ne, das brauche ich alles nicht mehr. Ag. Chance to evade Projektil. Nö, brauche ich auch nicht. Ja, weniger Schaden nehmen, ne? Juhu. Bissili Upt. Und Juhu. Puh. Ja, wenn man den einmal auch raus hat, dann geht das auch. Oh, ne, ist mir zu blöd jetzt. Haha. So. Do you let it burn, burn, burn. Puh, 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 puh. So. Inventory. Hey, 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 hey. Oh, mein Gott. Jetzt werden die auch noch rumspringen, die Igel. Sollen sie doch. Ich bin unsterblich, wenn ich das will. Naja, so lange wie die Magie reicht, ne? Ja. Ah. Hier ist nix weiter. So verführerisch aus. Ah. Anstochen. Bin ich dann instant tot? Ey, 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 ey. Ich krieg, ich krieg das doch die Blobschuhe oder was? Der will, weil nicht. Was erzählt er mir hier? Mit, oh, diesen Schuhen nach unten in der Luft. Piss. Oh, guck mal. Dann guckt er sich so auf die, eh. Oh, guck mal. Auf die Schuhe. Was erzählt er mir hier? Ui. 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 Okay. Na. Oh, wie sie aber auch will so gucken, wenn du raufgesprungen bist. Ganz ehrlich, ich kann das absolut nachvollziehen. Oh, du hast ihn vor den Tod stürzen lassen. Sehr gemein. Ist aber auch ne komische Fähigkeit. Ui. Aber das, äh, erweckt jetzt ganz neue Möglichkeiten. Was ist erweckt? Erweckt, äh, eröffnet. Ja. Oh, oh. Boah. Oh, Nico. Der arme. Ha, wie cool. Ich bin jetzt stärker. Das ist bestimmt aus einem Grund passiert. Boing. 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 Oh, 131 haben wir. Mann, Mann, Mann. Ah, guck, ich wäre ja, ich hätte erst nach unten gemusst. Wird's denn gehen. Warte. Boing. Ja, Feuer. Boom. So ein Quick-Wechsel. Woah. Ich wollte gerade sagen, bist du das Wahnsinn. Wäre, wäre ganz praktisch. Jo, es wäre zu einfach. So, wechseln. soll die eigentlich mit den vasen erschlagen hat wohl nicht geklappt wie solchen da hochkommen jetzt ja von links solchen da hochkommen jetzt ja weiß nicht for real jetzt ey komm das kann jetzt nicht euer ernst soll das was hier nicht weiter geht für mich anja gibt mir eine lösung ich will keine probleme ich will lösung dann muss es doch der must be more behind this erst mal hier nochmal den safing dings vielleicht später kann ich auf den stachel typen auch drauf und da war da oben einer ja aha von wegen spieler spieler uppercut später nie was soll das denn jetzt alles okay mit dir stein die die hüpfen einfach so ultra verrückt was soll ich noch machen das einzige was sie verrückt bist du das auch ja warum mache ich denn ja weiß ich auch nicht oder unten ist noch geld ach nee das war mein geld symbol die sind die sind unendlich dann lass sie doch jetzt mache ich doch sie alle eingesaugt ich hätte sie wahrscheinlich gebraucht weil er würde ich benutze ich komme ja jetzt so macht man das hier im ghetto bärin 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 riesenbombe also im verhältnis zu zu elliott ist die schon recht das machen jetzt naja gut ich habe eine idee müsste doch gar nicht ja was das da muss doch sinn und zweck hinter stehen doch anja du verstehst es einfach nicht du bist nicht reif genug wenn er jetzt nichts ist dann lache ich nicht richtig aus siehst du da ist nämlich nichts ist doch egal jetzt lass uns das vergessen schon wieder so eine dicken gleiter wenn ich das die gebraucht hätte jetzt oh was soll denn das ist klar hier haha und einer trufe der richtung anfang haben kann ich die auftreten der weiße toga typ ich habe von dir gehört die leute sagen du hast hier den wind und den feuerwächter besiegt was was sagst du davon was hältst du davon wenn wir zusammen als team arbeiten ich habe eine coole kapuze ich meine wir sind ein natürliches paar also was ist dein böser plan die welt zu übernehmen eine goldene villa eine diamant besetzte toga ich will ich habe diese kräfte mir nur geliehen um sata zu vernichten was den sata zerstören warum gibt es da eine belohnung oder so keine belohnung hört sich irgendwie blöd an aber du möchtest trotzdem zusammenarbeiten oder ja ich hab deine rücken weiße bla lass uns ein bisschen bla der ist böse jetzt arbeite ich mit dem bösen zusammen aber egal manchmal genau gehen wir auf dem so ich dachte ja bei wudu ich lass einfach mach einen satz draus ja da wo du wenn du ein level steigst bei dem menü da ist ja oben halt dieses neutral ach so ja gut und böse ja aber da hat sich nichts verändert stimmt das da habe ich gar nicht drüber nachgedacht dass das auch noch gab hey du do wie die können feuer sprucken herzer a double zum glück die sind ja auch gelb und du bist gelb und nein ich volle ich hätte gebraucht jetzt muss ich den hier noch mal stand halten ja ist gut wie wärs wenn du gestürzt und du mal lecker auf springt mein hier rechts auf die fische ja einer recht stipp 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 und ja 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 warte 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 da das war auch mal glück glück das war poos können das war sowas von well ausgeplant wie viele münzen hast du wohl oh 183 und jetzt sieht man es gar nicht ah ich muss irgendwo ne jetzt konnte ich nicht sehen wie viele münzen ich hab jackpot ne stein wie wo war es da ist ein haus guck mal geh da mal rein mach ich doch geh da mal rein mach ich doch das ist so ein verkäufer ein hier halt ja soll das vielleicht in anspruch nehmen nee das kostet alles geld und ich hab noch einen trank du hast noch drei herzen du hast noch drei herzen ich hab bloß eins checkpoint naja du hast keins hallo oh siehst du in kammer ja ja ach dieser vogel bist du schon braune vögel ah ist mir schwarzer mit roten augen wie verrückt er umherhüpft so da oh behinderungs maximus gebt mir herzen double nö double harz krieg noch weiter runter puff puff stirb ah du bist so gemein oh nein er kommt zurück er rächt sich und rein da jetzt geht das wieder los stirb ah 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 na man wer bin ich fucking indiana jones vielleicht ah oder lara kruft na jetzt schluck ich doch mal so einen trank alter what the fuck der schmeißt die steine die drecksau boah guck mal da unten was ist da los ja mach doch den sauger ach so ja du intelligenz bist ja ja manchmal denk ich nicht so komplex ich würd sagen nicht dass die bombe auf mir das wär unflug hier rechts geht's doch bestimmt rein oh warum nicht musst du gucken das wär doch das perfekte verbrechen was das mit verbrechen zu tun was weiß ich du fragst mich über dinge kann ich die nicht beantworten ich muss viel lieber jetzt erstmal steine schieben zum rand am rande des wahnsinns treibst du mich aha ah ich geh nach links da braucht man bomben für und ich hab noch bomben einige vier na 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 geh kaputt bitte danke oh voll die verschwendung diese blauen truhen ne die machen mich die machen mich fertig oh welche menschen sich das merken wo viele da sind oh 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 ja ich glaub du musst einfach pauschal echt die ganze welt nochmal abgehen na 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 ja was machen wir denn offscreen und erzählen euch denn bloß was tun oder ja genau oh god diese feinde oh meine verdammte kacke spring spring komm dude oh jetzt jetzt springst du weißt du du bist echt der behindertste behinderungs spring ah ich hasse dich leck mich doch ich bin sowas von dem tode gewalt ja geht's hier hoch ja sehr gut dann müsste ich aber das mach ich jetzt erstmal nicht ah ich kann ich kann einen dieser vögel noch vergewaltigen dafür ah ah yes ah gellterus 24 23 ah toll das tu ich mir nicht an da unten ist noch so ein Feuerspucker ja da links ist auch einer also hier gehe ich jetzt keine unnötigen Risiken ein ah da fällt er runter ne ja dann macht er bloß blub ja dann wird das hier nochmal in die luft das hier um ja dann ist das was bringt was ich bin ja erstmal nach rechts und links was ist das denn hast du zum schieben ne ne auch nicht irgendwas mach doch einfach den Sorge ja stimmt ich denk da immer nicht dran guck mal 229 davon könnte man sich vielleicht den Schutz kaufen der ist glaube ich erstmal wichtiger als die Pfeile der Helm der macht ja ich sehe ich sehe mein Tod quasi schon ja oh 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 hm no oh 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 Czyns grabl oh 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 chili oh 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 aber mehr mana es ist deren ernst jetzt da muss ich ja doch den anderen weg lang ich weiß nicht dann schaffe ich den sprung doch den sprung schafft man ich hatte ihn eben nicht erwischt ich mache das hier ganz vorsichtig ich habe nämlich keine lust bei einem dieser popel gegner zu sterben zu krepieren also leute wenn euch die folge geteilt hat liken teilen abonnieren kommentieren tschüss